Starten wir, Kili. Auf was legt Lino denn am meisten Wert? Seine Haare. Ok, wohin würde Lino am liebsten reisen? Nach Wien. Wow, ok. Macht Lino lieber Ausdauer- oder Krafttraining? Krafttraining. Wie viele Tore macht Lino in dieser Saison? Drei. Mit wem geht Lino am liebsten essen? Mit mir. Was ist Linus größte Stärke auf dem Platz? Zweikampfstärke. Was hat Lino in Nürnberg schon gesehen? Einige Restaurants. Was gefällt Lino denn in Nürnberg am besten? Die Innenstadt. Ok, danke dir. Das war's schon. Dann schauen wir mal, was Lino dazu sagt bzw. wie Lino selbst antworten würde. Auf was legst du denn am meisten Wert? Boah. Wenn die Frage so auf das anspielt, was ich denke, dann würde ich sagen auf mein Aussehen, auf mein äußeres Erscheinungsbild vielleicht. Ja, und wenn man es genauer beschreibt von Kreper. Ja, auf meine Haare. Ok, wohin würdest du am liebsten reisen? Boah. Also ich bin eigentlich jetzt keiner, der jetzt so unbedingt ganz weit weg muss. Also der eher jetzt in was näher gelegen ist. Vielleicht Italien, Gardasee. Ok. Wien, hatte Kili gesagt? Gut, ja, ich war halt jetzt am Wochenende in Wien. Von daher, also, ja. Wirst du jetzt nicht nochmal hin? Deswegen würde ich da jetzt als nächstes wahrscheinlich jetzt nicht nochmal hinreisen. Aber klar, also davor wollte ich als nächstes nach Wien. Ja, das stimmt vor ein paar Tagen. Machst du denn lieber Ausdauer- oder Krafttraining? Ganz klar Krafttraining. Ok. Wie viele Tore wirst du diese Saison schießen? Boah. Boah, schwer. Ja, ich hoffe, dass noch ein paar dazukommen werden. Also, sag mal, wenn ich jetzt fünf Tore mache, wäre ich schon happy. Ok, er hat dich ein bisschen unterschätzt in drei. Mit wem gehst du denn am liebsten essen? Ja gut, jetzt in Nürnberg hier mit Kili. Sehr gut. Was ist deine größte Stärke auf dem Platz? Ja, ich würde sagen meine Körperlichkeit. Ja, geht in die richtige Hände. Meine Athletik so. Ja. Zwei Kämpfe. Ja, jetzt ganz spezifisch. Ja. Was hast du denn in Nürnberg schon gesehen, Lino? Eigentlich schon recht viel, aber hauptsächlich so Cafés, Restaurants. Ja, Restaurants. Perfekt. Und was gefällt dir in Nürnberg am besten? Boah. Ich muss sagen, mir gefällt echt recht viel ziemlich gut. Die Burg gefällt mir gut. Ähm. Boah, was gefällt mir doch gut. Ja, die Burg gehört eigentlich auch dazu. So grob. Ja, eigentlich die Innenstadt so. Ja. Ja, super. Ja gut, habt ihr es gemacht. Ihr verbringt schon viel Zeit miteinander. Merkt man. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Servus. Gerne. Ciao. Servus.